1, stopp! 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 Zwei, zwei, drei, vier, drei, zwei. Zwei, drei, 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 Zweiter ist Robert Lavrenz mit 28 Punkten. Und Wer hat heute die Ranglistegarde der 3x1 gewonnen? Zinchen Beckner, Erster gewonnen. Wunderbar. Die drei Sieger der Ranglistegarde der 3x1-Klasse, der ferngesteuerten Einheitsklasse, hier in Neustadt heute 16 Wettfahrten beschritten. Herzlichen Glückwunsch und schön, dass ihr alle da wart. 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4, 5! 2, 3, 8, 6, 7, 7, 8, 1, 3, 6, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 2, drei, drei, drei... Jetztone ich Geschwind Universal... Untertitelung des ZDF, 2020